Jo, servus Leute, jetzt für mich eine ECE-T-Durchfahrt in Langen-Selbold. Das ist der von Wiesbaden Hauptbahnhof und fährt in Richtung Dresden über Leipzig. Man fährt in Richtung Fulda weiter und danach als nächstes Bad Hersfeld und dann Eisenach, Gotha, Erfurt fährt er dann. Und dann nach Leipzig Hauptbahnhof wird er geteilt, fährt weiter dann in Richtung Riesa, dann Dresden-Neustadt und danach Dresden ist Endstation. Und hier seht ihr den ECE noch, fährt nach Dresden Hauptbahnhof, ist ja von Wiesbaden. Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich und schreibt es unten in die Kommentare. Ich bedanke mich für das Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.